So, jetzt haben wir 350 Truppen, da geht wieder was, deshalb schickt man jetzt mal wieder 100 Bogenschützen hier hoch. Oh, das waren Schwertis, das war jetzt nicht der Plan. Habt gar keine 100 Bogenschützen da? Uncool. Ein FPS, ne, auf der Map, wenn ich so rauszoome. Läuft. Ach, hast sogar ein Handelsschiff gebaut, Mensch, könnte von mir sein. Sandy würde jetzt sagen, voll die Holzindustrie. Hase HD sagt Hase AD. Ciao Hase. Das ist heute nicht so die spannende Siedlerfolge, ne? Auch wenn, es wird zwar viel gekämpft, aber nur so, nur so Only-Gebattle ist ja dann auch irgendwie so. So semi-geil, keine Ahnung. Auf jeden Fall, die Laufwege hier sind so ultra lang, da wird niemals was fertig. Von daher weitere Sätze. Kannst hier oben eine zweite Militärproduktion machen. Hm, ja. Macht das Sinn? Weiß ich nicht. Ich könnte auch anfangen, wie ein Bekloppter F9 zu drücken gleich mal. So, z.B. Klick. Eingenommen. Runter. Klick. Eingenommen. Weil wenn der Turm hier zu lange steht, dann werde ich hier auch wieder angegriffen, ne? Klick. So. Grün ist raus. Es ist mein Wohnhaus fertig geworden. Tatsächlich. Ey, krass, 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 wie schlecht die Performance auf dieser Map ist. Hab jetzt noch nie so gehabt in Siedler. Mal F9. Na dann ab zu Lila. Aber hallo. Wir müssen halt direkt diese Burg irgendwie snacken. Los geht's. Zwei Burgen? Bitte nicht. Aber 100 T3 Schwertkämpfer mit 150 KK. Muss doch irgendwas gehen. Dann. Könnt ihr mir? Kannst du dich reißen? Auch nicht. Alter. Jetzt kommt wieder so eine Schlacht. Man drückt ja immer gern in seinen Gegner unter 100. Ich würde ihn hier gerne immer unter 1000 drücken. Brutal. Und er scheint auch kein Mana mehr zu haben. Das ist schon mal gut. Nubi zorgt Prost. Also langsam schmeckt das Scheiß. Das ist ein schlechtes Zeichen, oder? Oder? Göttiburg mir? Ja, Träumchen. Kannst du nicht reißen? Schwertis bleibt mal hier. Der ist noch lang, wenn ich doch reißen muss. 100.000, hier ist noch 900, ok. So, Platz ist frei. Ab zum nächsten Turm. Wie geht's denn? Ich bin jetzt hier. I bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Okay. hey hier fliegen die pfeile ich hab 13 große wohnhäuser im baum what the fuck lol ich hab den turm verloren wo hab ich eigentlich noch schwertkämpfer 6 hier okay sammeln rückzug mal f9 drücken lebe ich noch ja lol was passiert doch nur f9 gedrückt hab ich jetzt wieder mehr kohle hat das was gebracht ja jetzt liegt wieder brote kohle natürlich auch brote brote aber so richtig mehr truppen aber ist nicht klar ich hab dir morgen geschnetzeltes oder warum werden die so eng und ich hab dir morgen geschnetzeltes oder warum werden die so eng geschnetzelt was tegernseher super Alpriesbacher sagt mir nix aber trinkt nicht Faust ich kotze gleich wenn Bier nicht nach Bier schmeckt sondern nach purem Alkohol dann ist irgendwas falsch gelaufen ey da muss ich allein dreimal f9 drücken dass die truppen überhaupt hier vorne ankommen ah liegt hier noch kohle rum ich könnte echt hergehen ne haben wir was haben wir einen Spitzhacken also 43 achso achso 5 1 2 3 4 4 5 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 6 5 5 6 6 7 6 7 7 8 8 8 9 10 9 10 10 10 11 11 angesagt so und so ein bisschen Mühle was sage ich denn mach mal gleich zwei Bäcker okay dann vielleicht hier auch noch ein bisschen Gänse züchten so so Metzger ähm Fisch boah Fisch haben wir eine? zwei nur zwei da eine hin da ist ja ein schöner Fluss so macht was draus es macht Sinn Kohle mit Fisch zu versorgen wenn du nicht genug Bruder hast auf jeden Fall aber ich habe mittlerweile genug Bruder da müssen wir aber da oben auch noch ein paar Bauernhöfe setzen weil Laufwege und so und ich habe ja auch noch drei Senzen so und natürlich braucht ihr dann auch irgendwie eine Bleibe wo ihr wohnen könnt was rede ich da eigentlich gerade von egal Arbeit für ein paar Stunden so jetzt haben wir 350 Truppen da geht wieder was deshalb schickt man jetzt mal wieder 100 Bogenschützen hier hoch aber das waren Schwertis das war jetzt nicht der Plan hab gar keine 100 Bogenschützen da uncool und die werden direkt gesnackt und er hat doch noch mal mehr produziere aber mehr wie er mittlerweile so einnehmen auf geht's F9 und erledigt ja nice vermisst er was das ist das denn der siedlerstraße krass schon irgendwas gebaut ist natürlich viel zu wenig kohle was ich da gesetzte drauf 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 was ist das da für einer? das ist in dem sein Job der war bestimmt, ne die Schwebelmine steht noch hä? bitte mal in den Chat schreiben, was ist dem hier sein Beruf? also der da? kleiner Tempel? ok, nice, danke Lila, verabschiede dich von deinem Berg weißt du, was ich hier vergessen habe? ich muss hier auch Kasernen hinsetzen, sonst macht das alles keinen Sinn Bundestagssprecher korrupter CDU-Politiker okay okay es scheint ihm immerhin auch ein bisschen weh zu tun, hier das ganze das ist doch schon mal was aber so richtig was nachkommt gerade nicht keine Schwertkämpfer mehr? doch 3 Stunden 30, ich ziehe gerade mal die halbe Karte Mann, 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 Mann da ist ja noch ein Haufen Schwertis komm, geht mal hier rein komm mal F9 was passiert? geht doch na, geht's mir? geht doch Schwierig Schwierig Moral Da gehen mir echt die Schwertkämpfer aus, ne? Und dann nochmal einer mit 1.000. Mit 1.200 sogar. Okay. Euch fehlt natürlich jetzt die Kohle. Klar, alles andere liegt da. Ich mach jetzt echt Fisch auf. Kohle. Let's go. Schwertkämpfer? Ne. Also müssen wir uns jetzt wieder strategisch zu... Haha. Einen alten Scheiß müssen wir. Stehen die Kasernen hier oben? Was ist das für ein roter Punkt? Nix. Nee, ihr baut hier noch komplett gemächlich. Was fehlt's denn immer? An allem. Einfach an allem. So viel Holz rum. Habe ich vielleicht... Ja, komm. Ich hab auch zwei Sägen. Dann bauen wir auch zwei Sägewerke hier hin. Ah, halt. So. Leute, was macht ihr mit dem Fisch? Ich hab gedacht, ihr lasst es hier, jetzt tragt ihr das dahinter. Aha. Und einmal F9. Was war denn das? Ich hab grad den Grafikfehler gesehen. Das waren... Ähm... Das war... Das war die... Wie nannt man sie denn? In der Gold-Edition war das ein Riesenproblem unter Windows 10. Der Black Shadow Bug. Was ich rausgefunden hatte, wie es geht? Oh. Prost. 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 Hat der hier was zurückerobert? Ach, nee. Ich hab gedacht. Okay. 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 Hm. Sie ist weg, immerhin. Aus den Augen, aus dem Sinn. Scheiß Bogen immer. Soll es sich, dass die Zeit, die Sie in der Zeit haben, um den Gehirn zu nehmen. Soll es sich, dass sie sich für die Gehirn zu nehmen? Soll es sich, dass sie nicht in der Zeit sind? Soll es sich, dass sie nicht in der Zeit, Wo bleiben meine erst produzierten Truppen hier oben? Komm, Schöner. Ha! Acht Schwertkämpfer. Geht doch. Uh, da ist blau. Aufpassen. Da wollen wir noch gar nicht hin unbedingt. Hallo, Schwertis? Da ist noch ein Turm. Natürlich müsst ihr euch jetzt mit Maya anlegen, ist doch klar. Oh, ich muss diesen Turm reißen. Was wird denn das hier? Ja, genau. Rückzug. Geht nicht, rausschiffen. Macht auch keinen Sinn mehr, also kämpft. Weil eben wieder alle Truppen verloren. Stehen hier vielleicht noch welche? Nö. You need more Häuser? Eigentlich nicht. Noch nicht. Wohin läuft hier? Fällt eine Axt. Auch das noch. Wo habe ich denn überhaupt eine Werkzeugschmiede? Da. Nee. Hier. Auf geht's. Lila muss jetzt noch raus. Oops. 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 Oops.